Hey Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu diesem Video. Wir sind in Minecraft unterwegs und ich fange erstmal an einen Baum umzubauen. So, wir haben den ganzen Baum abgebaut. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auf die Suche nach Schafen. Schafe sind sehr wichtig für Betten. Ich glaube, ich gehe da hinten mal auf die Insel. Naja, ein Boot habe ich jetzt nicht, aber da hinten gehen wir erstmal drauf. So, schwimmen ohne Boot ist halt auch komisch. Naja, und ich sehe da vorne Schafe. Die werden wir als allererstes jetzt mal töten, damit wir Wolle haben für ein Bett. So, komm her. Ach, schnell. Wir müssen die jetzt so schnell töten. Manche natürlich Wolle haben für ein Bettchen. Und natürlich auch Essen. So, was ist denn hin? Ah, ich jetzt habe es. Oh, das ist schon frische Fleisch. Das kann ich ja auch gleich mitnehmen. So, dann gehen wir weiter zu dem nächsten Schaf. Aber davor würde ich sagen, mache ich mir eine ganz kleine Spitzhack und eine Axt, damit wir das Schaf schneller töten können. So, Axt, Spitzhack haben wir jetzt so nun. So, und jetzt haben wir auch schon das Schaf. So, wir haben das Schaf. Wer hat zum Glück jetzt gerade umgebracht. So, ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal Bruchstein, also Stein halt. So, das wird natürlich gut sein für eine Spitzhack und eine Steinaxt und auch eine Steinschaufel. Aber ich glaube, die Mache brauchen wir jetzt noch nicht. So, dann holen wir uns erstmal ein bisschen Stein. Super duper, würde ich sagen. So, also 10 Steinen, glaube ich. Und dann ist gut. Ja, kommen dann immer noch einen 11. mit. Oder noch den 12. Oder einen 13. Gut, jetzt gehen wir mal wieder hoch. So, jetzt komme ich hier nicht hoch. Äh, jetzt komme ich hoch. Das ist natürlich super. So, jetzt erstmal diese Holzsachen wegwerfen und uns Steintools craften. So, jetzt fehlen uns Sticks. Die mache ich mal ganz schnell. Ah, da sehen wir sie ja schon. Sticks. So, dann wird's Zeit für eine Axt. So, erstmal ein paar Sachen in mein Inventar räumen, damit das nicht so unordentlich aussieht. Wir gehen nur in unsere Hotbar, unsere Axt und unsere Spitzhacke haben. So, wo ist die Axt? Hier ist die Axt und da auch die Spitzhacke gleich. So, dann bauen wir da ganz schnell den Crafting Table und gehen weiter auf die Suche nach einem Platz, wo wir unser Haus schon bauen können. Ja, das würde ich sagen, ist eigentlich gut. So. Hier auf der Insel sieht's eigentlich gut aus. Und da ist auch schon unser nächstes was, was es schafft für unsere drei Wolle, die wir brauchen für unser Bett. Wir haben es unserem Glück eingesammelt. So, mal sehen, wo wir unseren Platz finden werden. Ja. Ja, hier sieht's nicht so schön aus. Oh, da sieht's schön aus. Wir machen mal kurz mal das ganze Gras hier weg. Dann sieht das auch schon besser aus. Dann können wir hier unser Haus hinbauen. So, da Gras weg. Hier Gras weg. So. Ich würde sagen, dann platziere ich erst mal mein Crafting Table und gehe erstmal Holz holen. So. Holz holen. Easy peasy. So, in der Zeit, wo wir Holz holen, kann ich euch ja erzählen, was wir, äh, was für ein Haus hier halt bauen werden. Es wird ein ganz normales Eichenholzhaus sein, wie es jeder Minecraft Spieler am Anfang halt machen will. Und falls ihr ein paar Tipps und Tricks für mich habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und nicht zu vergessen, lasst ein Like und ein Abo da. Aber jetzt würde ich sagen, wir machen erstmal weiter mit Holz abbauen. So, sieht eigentlich schon gut aus, das ganze Holz. Oder frisst uns das ganze Holz, was wir jetzt abbauen. So, wir gehen erstmal zurück, würde ich sagen. Oder wir bauen noch Holz, 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 Holzraum ab. Man, ich komme immer nie aus dem Magen. So. Dann geht's jetzt weiter für uns. Zu unserem Platz, wo wir unser Dings ausbauen werden. Da müssen wir jetzt erstmal vier abzählen. Also einfach mal vier hochbauen. Zack. Und dann würde ich sagen, eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Beim fünften bauen wir jetzt wieder vier hoch. So. Dann ab, wieder runter geht's für uns. Oh ne, wir haben eins zu hoch gebaut, habe ich gerade gemerkt. So. Dann wieder eins, zwei, drei, vier. Und da ist wieder unser Fünfter. Und da wird dann wieder vier hochgebaut. Und jetzt habe ich mich schon wieder eins zu hoch gebaut. Ach, Mann. Also drei, vier. So. Ja. Stimmte, glaube ich. Dann müsste er vier nochmal nachzählen. Ja. Ja. Dann bauen wir das hier hin. Zack, 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 zack. Ich glaube, das war gut. So. Ähm. Bisschen Holz. Ah, jetzt habe ich gemerkt, wir brauchen jetzt doch eine Schaufel. Gut. Das meinte ich mit, wir brauchen eine Schaufel später nochmal. Zack, 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 zack. Ah, den Boden wollte ich jetzt nicht bauen. Ähm. Wo ist es denn? Hier ist ja unsere Erde. So. Und zack, 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 zack. Ach, schon wieder in die Erde gebaut. Ach, Mann. Ach, zweimal in die Erde gebaut. Zack, 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 so. Oh, ein Hühnchen. Das füttern wir mal. Oh, das macht Herzchen. Wie niedlich. So, erstmal als weiterbauen mit dem Haus. Oh. Oh, nein. Jetzt ist es uns in den Weg ersprungen. So, dann nehmen wir jetzt uns das Holz. Ja, den machen wir wieder in unser Inventar. Und dann, zack, 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 unseren Boden bauen, damit uns ja auch an den Füßen kein Dreck rankommt. So, zack, und das sieht doch schon gut aus. Eins, zwei, drei, vier. Gut, passt hin. Und, ne, ich glaube, ich mache da noch was hin. So, eins, zwei, drei, vier. So, das sieht doch gut aus. So, die Sonne geht schon langsam unter, habe ich gerade gesehen. Ich glaube, wir machen mal ganz schnell uns in das Haus ein Bett rein. Wir haben ja die drei Wolle dafür gefarmt, aber ich glaube, wir haben kein Holz mehr. Da muss ich mal gleich nachgucken. Ja, drei Wolle und wir haben kein Holz mehr. Okay, das heißt, wir gehen uns ganz schnell Holz holen, damit wir auch die Nacht durchschlafen können. Das wird eine erholsame Nacht, würde ich sagen. So, 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 da haben wir auch das Holz. Schnell, schnell, schnell. Nicht, dass hier noch Monsters bohren. So, so, jetzt erstmal machen wir uns Holz. Wo ist es denn? Da, Holz machen. Zack, jetzt haben wir Holz. So, jetzt können wir uns das Bett hier craften. Okay, und platzieren und schlafen gehen. Jetzt wird die Nacht durchgeschlafen. Ach, guten Morgen. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich dafür, dass ihr hier gewesen seid. Und lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns bald. Wir sehen uns bald.